Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 145, wir sind hier in Nagrand. Wir versuchen uns an Quests wieder dran. So, komischen Leuchten, da ist zum Beispiel eine. Ja, jetzt funktioniert es, ok. Das ist ja alles so bemoost, man sieht hier kommen was. Nicht ins Sichtfeld, nicht ins Sichtfeld. Ok, der Baumscher hat uns die Sicht geklaut, obwohl wir größer als Baumscher sind. Na ja. Ungültiges Ziel, ungültiges Ziel. Ich glaube hier liegt überall, liegen die rum. Ob es für die Schamanen noch einen Extranquist gab, ich weiß es gar nicht mehr. Oh Mann, oh Mann. Da kann man gucken. Toll, dass die ein bisschen weniger Leben haben. Und wie gesagt, Massenlooten vermisse ich immer noch. Aber gut. Dann kann ich alles haben. So. Wir haben nur 1000 Leben. Dann gehen wir recht fix runter. Zack. Okay. Oh. Ich glaube wir haben ganz viel Glück, dass wir den da nicht bepult haben. Da sind noch Schläger drin. Gut. Da ist glaube ich auch die Quest dran. Lassen wir das erstmal. Und wir können gleich mal in die Mitte gehen, weil jetzt ist das wieder von uns. Also von der Allianz. Ich glaube wir haben mittlerweile genug Staub zusammen, dass wir uns die Tasche holen können. Da gibt es glaube ich eine 16er oder eine 18er Tasche. Ich glaube eine 18er. Das ist ganz praktisch mit den Taschen. Das ist ganz praktisch mit den Taschen. So. Das geht ja schon ganz gut hier mit uns. Da ist eine Soluten. Dichte Moos-Tier. Da müssen wir nachher töten. Ich glaube als Folgequest oder so war das. Ähm. Hm 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 hm. Hier sind welche. Sehr gut. Das war nicht der Plan. Ähm. Den da wollte ich noch. Jetzt haben wir das Tor vorlaufen. Ja. Ähm. So. Puh. 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 Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da müssen wir nur aufpassen, dass wir die Tasche nicht unbedingt pullen. Puh. 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 Also wenn, wenn man Teddy alleine tötet, kriegen wir, also kriege ich keinen Loot. Das kann ich noch keiner fallen einfach sagen. Versteßen. Puh. Ne. Und jetzt hau das jetzt. Naja, man kann nicht alles. So. Jetzt haben wir Akku. So. Läuft das doch ganz gut. Sehr gut. So. 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 So, was ist das? Auch noch ein paar. Noch vier zum Verbrennen, dann haben wir die auch gequisst. Und noch drei Räuber brauchen wir. So. Ich sehe keine zum Verbrennen. Die Räuber sehe ich zwar genug. Die haben wir alle. Und was ich mittlerweile besser finde, ist die Quest-Items in der Tasche farblich markiert sind. Das war nicht. Na ja, gut. Das war nicht so meine Idee. Das war nicht so meine Idee, aber gut. Was soll das denn? Das kriegen wir auch hin. Das kriegen wir auch hin. Von denen kriegen wir ja keine Blutungsdotsen. Wie von den doofen Vögeln. Die waren echt heftig. Oder sind echt heftig. Lassen die auch böse runterticken. So. So. Noch einen davon. Auch geschafft. Auch nehmen wir noch drei. Leichen zum Verbrennen. Äh. Da drin liegt einer. Ja gut, den habe ich jetzt quasi mit meiner Falle gelaufen ist, getötet. Sobald ich Anteil am Killer habe, kriegen wir dann auch, können wir das auch looten. Und wenn nicht, dann kriegen wir noch nicht mehr EP dafür. Ähm. Genau, holst du den auch mal mit, ne? Oh man, manchmal, ne? Na ja, gut. Kriegen wir auch noch hin. Ich glaube, die komischen Geister sind ja immer in der Nähe von, ähm, Leichen. Aber ich sehe keine. Oder die gehörte zu dem, der da zum lag. Da haben wir denn eben noch eine gefunden. Da. Oh. 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 schön 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 so noch eine da ist die letzte sehr gut eins die auch fertig vorratskisten gerne erst mal in die mitte nach da gucken können wir daher schon die tasche holen vielleicht geht das schon nicht verwundern das ist nur der kaffee den ich einschüttel da kann man das aus leistens ziehen oh oh heute mit P4B jetzt fällt voll ein von Vergelaufen da ist der weg, okay da kann ich irgendwie auch noch etwas Wir machen unseren eigenen Weg hier. Jetzt hoffen wir einfach nur, dass der Verkäufer noch lebt, wo es das gibt. Aber theoretisch, wenn 15 noch da sind, müsste er ja noch da sein. Ich glaube, das sind nur die Wachen. Also gucken einfach mal. Da gibt es auch eine Quest. Och, guck mal da. Zwei Mehrschaften. Das Licht sei mit euch. Okay, die braucht man dazu. Forschungsmark. 18 Platz. Das Teil Pulver. Und 20, haben wir schon 20? Nein, 14 erst. Dann lassen wir die noch. Kriegen wir nämlich auch EP. Aber wir müllen nicht unser Quest-Lock zu. Weil das Zeug kriegen wir ja so oder so. Ein bisschen verkaufen, wenn wir eh schon einmal hier sind. Nein, zurück, marsch, marsch. So. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Let's Play Vio W. Folge 146, glaube ich. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.